Hallo zusammen, Annalena Baerbock hat nun die Leitlinien der feministischen Außenpolitik, von der sie ja so lange gesprochen hat, veröffentlicht. Wir schauen uns in diesem Video die PDF bzw. Ausschnitte daraus an und werden dann feststellen, hier geht es gar nicht um Feminismus. Es geht nicht um Frauenrechte, es geht um etwas Altbekanntes in Europa, aber um etwas völlig anderes. Die PDF lautet Feministische Außenpolitik gestalten Leitlinien des Auswärtigen Amtes, 89 Seiten, ist also sehr ordentlich, werden wir natürlich nicht alles durchgehen, aber hier mal ein bisschen, damit ihr einen Eindruck bekommt, was da drin steht. Aus der Einleitung. Feministische Außenpolitik zielt auf die Gleichstellung der Geschlechter weltweit. Sie will diese messbar voranbringen. Sie will gewährleisten, dass alle Menschen in allen Lebensbereichen in gleicher Weise repräsentiert sind. Sie will sicherstellen, dass alle den gleichen Zugang zu Ressourcen haben. Damit wird tatsächlich die Struktur der PDF zusammengefasst. Es geht darum, nicht für Inland, nicht für unsere Gesellschaft, nicht für Deutschland, sondern für die Welt eine Norm durchzusetzen. Nämlich die feministische Repräsentanznorm. Sie will gewährleisten, Zitat, dass alle Menschen in allen Lebensbereichen in gleicher Weise repräsentiert sind. Das ist natürlich ein nicht besonders sinnvoller Satz. Was bedeutet, dass alle Menschen in allen Lebensbereichen in gleicher Weise repräsentiert sind? Das bezieht sich nicht auf das Individuum, sondern eben auf ihre Identitätsklassen, die sie gebildet haben. Eine davon ist geschlechtliche Art, Mann, Frau. Oder man kann ja auch noch die anderen geschlechtlichen Kategorien hinzufügen. Eine andere wäre zum Beispiel nach Ethnien, nach Hautfarben, nach Religionen etc. All diese Identitäten sollen also in allen Lebensbereichen in gleicher Weise repräsentiert sein. Nein, das stimmt nicht wirklich. Zum Beispiel im Gefängnis, da gibt es eine sehr starke Überrepräsentierung. Die Männer werden stark benachteiligt in dieser Logik, weil sie die deutlich größeren Strafen bekommen vor Gericht als die Frauen. Da gibt es also ein Problem mit unserer deutschen Justiz, in dieser Logik wohlgemerkt. Aber das wird nicht weiter behandelt. Es geht nicht um alle Lebensbereiche. Es geht immer nur um Machtpositionen, um besonders repräsentative staatliche, unternehmerische, an der Spitze des Unternehmens etc. Das sind die einzigen Positionen, die hier von Interesse sind in diesem Paper. Es geht hier darum, historisch gewachsene Machtstrukturen weiter im Paper zu benennen, zu überwinden und so eine gerechte Teilhabe und Gleichstellung aller Menschen weltweit zu befördern. Dabei verfolgt sie einen transformativen und intersektionalen Ansatz. Viele Buzzwörter hier. So setzen wir außenpolitisch fort, was wir Innenpolitik, was wir in der Innenpolitik Gender Mainstreaming nennen. So, und jetzt wird es interessant. Wir setzen außenpolitisch fort, was wir bei uns Gender Mainstreaming nennen. Warum setzen wir überhaupt irgendwas fort, außenpolitisch bei anderen Völkern an Werten durchzusetzen, die wir jetzt gerade bei uns entdeckt haben? Welcher Logik folgt das? Das ist eine Logik der Außenpolitik, die nicht Annalena Baerbock oder die Grünen erfunden haben. Ganz und gar nicht. Das hat eine sehr, sehr alte und gute Tradition. Wir kommen noch dazu zurück. Weiter im Text. Wir wissen, Frieden und Sicherheit sind nachhaltiger, wenn sicherheitspolitische Entscheidungsprozesse inklusiv gestaltet werden. Noch ein Passwort. Inklusiv heißt immer, möglichst wenige weiße Männer, möglichst viele Frauen und alle anderen Gruppen, die als marginalisiert behauptet werden. Weiter. Zitat. Stärkere Teilhabe von Frauen bringt größere Sicherheit. Ja, ist das wirklich so? Angela Merkel mit Irak wäre das sicherer gelaufen statt mit Schröder. Margaret Thatcher fällt mir hier auch ein. Ich glaube, das ist einfach nur unbelegter Unsinn. So, kommen wir zu den Zielen für feministische Außenpolitik. Drei Kategorien. Rechte. Wir wollen alle Rechte durchsetzen bei anderen Staaten. Wohlgemerkt, das ganze Paper bezieht sich immer auf andere Staaten. Wir sind in der Außenpolitik gerade. Repräsentanz. Das ist ein interessanter Artikel. Fast überall sind Frauen marginalisierte Gruppen in politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen unterrepräsentiert. Frauen sind unterrepräsentiert. Nicht im Gefängnis, aber in diesen Bereichen eben. Das gilt weltweit und auch in Deutschland. Etwa im Deutschen Bundestag. Mit einem Frauenanteil von 35% liegt Deutschland im globalen Vergleich auf Platz 44. Platz 1 nimmt Ruanda mit aktuell 61% ein. Auch das Auswärtige Abend hat Nachholbedarf. Nur 27% unserer Auslandsvertretungen werden aktuell von Frauen geleitet. Warum geht es immer nur um Leitungspositionen? Erste Frage. Zweitens, wir haben das schon in einem anderen Video, habe ich euch oben verlinkt, warum diese Repräsentanzideologie logisch nicht nachvollziehbar ist. Selbst wenn sie in sich konsistent wäre, ist sie sowieso nicht, aber sie hat auch logische Fehler, weil sie Menschen in die falschen Kategorien einteilt. Und dann behauptet, alle Menschen sind identisch, egal in welcher Kategorie sie sind. Und das heißt, jeglicher Unterschied in Repräsentanz in Machtpositionen muss bedeuten, dass eine Position aufgrund eines unwesentlichen Merkmals diskriminiert wird. Wir haben das schon in einem Video ausführlich besprochen. Aber hier interessant, hier steht Platz 1 nimmt Ruanda mit aktuell 61% ein. 61% ist doch mehr als 50, oder? Das heißt, wir haben hier eine starke Diskriminierung von Männern. Also in Ruanda gehören wahrscheinlich die Männer zu den marginalisierten Gruppen und die Frauen sind die Hauptgruppe der Unterdrücker. Wird hier aber einfach so als gut dargestellt. Obwohl es doch eine klare Unterdrückung der Männer ist. Und der dritte Punkt ist Ressourcen. Wir wollen, dass Frauen die gleichen Ressourcen bekommen wie Männer. Okay. Es bildet sich dann in zwei Hauptbereiche diese PDF. Nämlich einmal Leitlinien für die Außenpolitik. Und dann als zweites Leitlinien für die Angestellten des Auswärtigen Amtes. Das zweite interessiert uns in diesem Video nicht. Wir wollen die Leitlinien feministischer Außenpolitik auf einen Blick, wie es hier heißt auf Seite 17, betrachten. Das sind wie viele Leitlinien? Das sind sechs Leitlinien. Gehen wir sie mal kurz durch. Und dann werdet ihr sehen, da steckt etwas anderes dahinter. Etwas sehr, sehr Altes. An sich ist das nichts Neues, was sein Ziel betrifft. Nur die Mittel und die Methode und die Sprache hat sich geneuert. Sechs Leitlinien. Fangen wir an mit Leitlinie Nummer eins. Wir integrieren die Perspektiven von Frauen und marginalisierten Gruppen in unsere weltweite Arbeit für Frieden und Sicherheit. Ja, marginalisierte Gruppen sind ja in Deutschland sicher auch irgendwelche religiösen Fanatiker zum Beispiel. Da sollte man auch deren Sichtweise einbringen. Die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit setzen wir um. Wir engagieren uns für größere Teilhabe von Frauen in marginalisierten Gruppen in inklusiven Friedensprozessen. So viele Buzzwörter, da merkt man schon wenig Inhalt drin. Wir kämpfen gegen sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt in bewaffneten Konflikten. Wir stärken die humanitäre Rüstungskontrolle und treten für eine sichere Welt ohne Atomwaffen ein. Ja, sichere Welt ohne Atomwaffen ist eine an sich sehr gute Sache. Natürlich komplett leer, wenn amerikanische Atomwaffen, ohne dass wir etwas daran ändern könnten, auf deutschem Boden liegen. Und unsere gewählte Legislative, unsere Exekutive kann nichts daran ändern. Also das ist an sich schön, aber wertlos. Wir nutzen unser Krisenmanagement, um Fortschritte hin zu gendergerechten Gesellschaften zu erzielen. Im Zuge eines regelmäßigen Monitorings überprüfen wir die Verwendung der eingesetzten Mittel. So, die wollen hier mit ihrer linkselitären Sprache die Leute vom Verständnis ausschließen. Ich übersetze es mal ganz kurz. Wir wollen das Geld einsetzen, um unsere Ideologie anderen Gesellschaften aufzudrücken. Hätte man auch kürzer sagen können. Leitlinie Nummer 3. Wir thematisieren aktiv, wo die Rechte von Frauen und marginalisierten Menschen nicht konsequent umgesetzt sind. Einem antifeministischen Pushback stellen wir uns entgegen. Gerade bei sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten, sexueller Selbstbestimmung und Überwindung weiblicher Genitalverstimmung gibt es Rechtslücken. Daher hat dies für uns Priorität. Rechtslücken nicht in Deutschland, Rechtslücken in den anderen bis hin zurückgeliebenden Staaten, um die wir uns kümmern müssen. Bei der Bekämpfung von Gewalt gegen und Diskriminierung von LSBTIQ-Sternchen, also das deutsche Akronym, gehen wir voran. Ja, das haben wir schon bei der Weltmeisterschaft ganz toll gesagt. Leitlinie Nummer 4. Wir erkennen durch die Klimakrise verstärkte Ungleichheiten und Vulnerabilitäten an und wirken ihnen mit unserer Klima- und Energiepolitik entgegen. Frauen und diverse gesellschaftliche Gruppen sind wichtige Akteurinnen und Führungspersonen unserer Klima- und Energiepolitik. Wir helfen insbesondere die Auswirkungen der Klimakrise auf Frauen und marginalisierte Gruppen auszugleichen. Also immer wieder dasselbe eigentlich. Leitlinie Nummer 5. Wir bilden Netzwerke der internationalen Wirtschaftspolitik für die Teilhabe von Frauen und marginalisierten Gruppen. Wir wollen internationale Standards haben, auch für den fairen und digitalen Einsatz von künstlicher Intelligenz, gendergerecht und diskriminierungsfrei. Das funktioniert mit JetGPT schon ziemlich gut. Das wurde schon entsprechend so getrimmt und zurechtgestutzt. Leitlinie Nummer 6. Die letzte Leitlinie. Wir fördern gleichberechtigte Repräsentanz und Teilhabe von Frauen und marginalisierten Menschen in der Gesellschaft. Wir setzen uns für eine bessere Sichtbarkeit. In Kunst, Kultur, Forschung, Wissenschaft, Bildung und Medien einen gefährdeten Personengruppen bieten wir Schutz. Ganz besonders gut ist es, wenn man da zu mehreren Personengruppen gleichzeitig gehört von diesen marginalisierten. Also beispielsweise man ist schwarz, dann ist man äußerlich eine Frau, weiß aber nicht genau was man ist, ist dann Homo und dann noch vielleicht ein bisschen trans. Habt ihr gemerkt, worum es in diesem Paper eigentlich geht? Es geht um die klare Behauptung, dass wir im Westen, Deutschland geht dort besonders stark voran, fortschrittlicher sind, progressiver, höher entwickelt sind als der Rest vor allem der minderzivilisierten Dritten Welt. Und die brauchen unsere Hilfe. Und unsere Hilfe zur Anerkennung der universellen Werte, die wir gerade eben erst auch vor wenigen Jahrzehnten entdeckt haben, besteht darin, dass wir diese Werte außenpolitisch durchdrücken. Wie nennt man so etwas nochmal? Da gibt es einen Begriff für. Imperialismus nennt man das. Gab es schon immer. Gibt es seit Jahrhunderten von Europäern. Das ist die Idee, dass der Europäer besser ist. Bessere Gesellschaften, bessere Werte. Er ist einfach fortschrittlich. Während alle anderen irgendwo in veralteten Traditionen, Religionen oder Gefühlsduseleien sind, hat er qua seines Verstandes und der progressiven Erforschung der Menschenrechte Dinge herausgefunden, die die anderen eben leider noch nicht herausgefunden haben. Und da werden wir ihnen etwas dabei helfen. Und das ist ganz und gar nicht neu. Das haben wir Europäer und, was muss man tatsächlich sagen, so in den letzten Jahrtausenden als Einzige schon immer so gemacht. Wir sind immer zu den anderen Völkern hin und haben gesagt, wir wollen nicht mit euch nur kooperieren, uns austauschen, gegenseitig Beziehungen pflegen, Wirtschaftsbeziehungen, Kultur, Austauschbeziehungen, sondern wir wollen, dass ihr eure Kultur ändert, eure Art, wie ihr lebt, eure Art, wie ihr denkt, eure Überzeugungen von Familie, von Ehe, von Mensch, die habt ihr von uns zu übernehmen. Und wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr schlechte Menschen, dann seid ihr zurückgeblieben, dann seid ihr Unterdrücker und wir haben unsere Maßnahmen, um den Unterdrückten in eurem Lande dann zu helfen. Das war schon immer so. Das ist nicht von Baerbock. Die Sache ist nur, wenn dann andere vorangehen oder andere, bei denen dann Menschenrechte und Abstimmung und Demokratie diese Schlagwörter der Vergangenheit nicht mehr ziehen, weil die das alles schon haben, dann brauchen wir etwas Neues. Und jetzt haben wir etwas Neues. Wir nennen es diese ganze Identitätspolitik rund um Feminismus, LGBT. Das haben wir nun im Westen tatsächlich exklusiv, das macht außer uns keiner. Und das haben wir jetzt als neues Argument, als quasi neues Schild des Imperialismus, so dass wir wieder vorangehen können, wieder sagen können, ja, wir sind die Speerspitze der menschlichen Entwicklung, ihr müsst uns jetzt folgen und danach werden wir unsere Politik ausrichten. Die Behauptung dabei ist nicht, dass diese Werte universell seien. Natürlich glaube ich auch an universelle Werte, aber hier geht es nicht darum, dass es universelle Werte gäbe, unabhängig von Kultur oder Zeit. Sondern hier geht es darum, dass der Westen immer den anderen Völkern etwas voraus haben muss. In seinem Eigenverständnis. Man muss zugeben, ein wesentlicher Teil der europäischen Identität in Beziehung zu der Welt ist, dass der Europäer höher steht. Ja, das ist nichts Antieuropäisches, wenn ich das sage. Das ist einfach die kulturelle, imperiale Erfahrung der letzten Jahrhunderte, die sich jetzt fortsetzt. Wir sagen nicht, okay, wir haben hier etwas, das könnt ihr, wenn ihr wollt, von uns abschauen. Natürlich, bei euch haben sich die Werte anders entwickelt. Eure Überzeugungen haben einen anderen historischen Hintergrund als unsere. Und deswegen habt ihr selbstverständlich die eigene Zeit und eure eigene Entscheidung, wir werden uns nicht einmischen. Nein, 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 nein. Das ist nicht europäisch. Das wäre übrigens chinesisch. Chinesen machen das so. Habt ihr schon mal davon gehört, dass Chinesen in andere Völker gegangen sind und denen gesagt haben, nein, ihr müsst eure Ehen so führen oder Geschlechtsidentitäten, das ist bei euch so zu machen und Frauen müssen eine gewisse Quote einhalten in euren Führungspositionen oder irgendwas dergleichen? Das macht der Chinese nicht. Der Chinese versucht, seine Interessen natürlich durchzusetzen, voranzukommen in der Beziehung, aber er versucht nicht, die Gesellschaften der Welt umzuformen und zu sagen, hier, ihr seid rückständig, weil ihr habt andere Werte als wir. Das ist exklusiv europäisch und das machen wir einfach jetzt genauso. Während wir übrigens gleichzeitig, und das ist spannend, sagen, dass unsere Vorfahren, das haben die unmenschlich gemacht. Das war bösartiger Imperialismus der Briten im 18., 19., teilweise noch im 20. Jahrhundert. Davon sagen wir uns los. Das streichen wir sogar, deren Spuren streichen wir sogar aus unserer eigenen Kultur, Stichwort Cancel Culture. Und wir streichen sogar in Romanen Begriffe und wir bereinigen unsere Sprache davon. Nur, um ein neues imperiales Narrativ auf genau dieser Kultur des Streichens aufzubauen. Und jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Intersektionalität und marginalisierten Gruppen und LGBT. Und das muss jetzt durchgesetzt werden überall in der Welt. Die Idee des Europäers besteht einfach immer darin, dass er höher ist und Werte in der Welt gegen die Werte der angestammten Kultur durchsetzen muss. Das ist tatsächlich das, was wir hier auch wieder sehen. Hier geht es nicht um Frauen, hier geht es nicht um die Verbesserung der Situation von Frauen, die man nur dann verbessern kann, wenn man die von Familien und allen Menschen verbessert. Sondern hier geht es darum, Frauen zu missbrauchen, um ein nächstes Kapitel europäischer imperialer Geschichte schreiben zu können. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.